Und damit hallo und herzlich willkommen zum zweiten Let's Play von Wasteland 3. Wir hatten den Prolog zu Ende gespielt und würden jetzt mit Major Tom zusammen oder Major Tom Cat nach Colorado Springs reisen. Schau an! Und Jodie kommt auch mit. So dass wir quasi jetzt in Colorado Springs dann den zweiten Teil weiterspielen. Die Desert Rangers wurden von Armeeingenieuren gegründet, die die nukleare Apokalypse überlebten. Okay, gut zu wissen. Mal gucken, ob wir ankommen. Ja, willkommen! Okay, ihr dürft euch den Patriarchen nennen. Okay, das war der, der uns vorgeschlagen wurde. Wer ist denn der von diesem hier? Ah ja, der. Ja. Ich weiß zwar nichts von dem wirklichen Job, aber das wüssten wir bestimmt sagen. Aha, der Dorsey-Handteil war also deine Schuld. Aha, ja. Auf jeden Fall. Schuld soll es das. So, die Dorseys haben nicht nur euch angegriffen, sie haben meine Stadt angegriffen. Wer hier wollte unser Gefangenis niederbrennen? Wenn ihr Rache für das haben wollt, was euch angetan wurde, gehört er euch. Wollen wir Rache? Okay, den Dorsey töten, aber gern doch. Er ist dein Gefangener, das überlassen wir gerne dir. Führung haben wir nicht. Ah, wenn wir den töten, findet er das bestimmt gut. Die Frage ist, ob das wichtig ist, dass er das gut findet. Er ist dein Gefangener, das überlassen wir dir gerne. Findest du das nicht auch gut? Weiß ich nicht. Komm, wir töten ihn. Bestorben wäre wahrscheinlich schon. Oh ja, guck hier. Marshals des Patriarchen auf Plus Eins. Ist zwar nicht so nett gewesen jetzt, aber egal. Okay, unsere mitbewerben Bedürfnisse. Vollerstärkung. Rekrutierung, Training und Ausrüstung. Ja, genau, wir brauchen Ausrüstung. Ausrüstung brauchen wir. Ja, und natürlich vielleicht noch Leute. Ich weiß gar nicht, wie groß unser Squad nachher, Squad in Anführungszeichen, nachher werden kann. So, erste Hilfe. Hast du Nervenschäden? Deine Hände zittern. Ja, er zittert komplett. Ist kalt, ne? Danke, Patriarch. Wir schätzen alles, was du für uns tun kannst. Wenn wir das machen... Äh... Oh, weiß ich auch nicht. Der wird dann bestimmt pieschig auf uns. Wir wollen nur Rache an den Dorsais nehmen, aber wir werden nicht Nein zu deiner Hilfe sagen. Besser als nicht, solange unser Deal noch gilt. Welcher Deal denn? Deal? Hab ich was nicht mitgeschnitten? Hm. Kein Deal, wenn der Hinterhalt deine Schuld war, dann bist du uns etwas schuldig. Gib uns unsere Vorräte und lass uns nach Hause gehen. Wir wissen, welcher Deal. Der Deal gilt noch. Welcher? Ah ja. Der Deal. Okay, was er vorhin meinte. Jetzt verstehe ich. Was der Major vorhin meinte. Ich helfe denen und er hilft dann eben Arizona. Okay. Hm, klein Hammer, ne? Ja, du bist wirklich ein Warlord. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist, mit dir zusammen zu spielen, aber... Ist wahrscheinlich nicht so gewollt. Okay, das hier ist also die Basis. Der Garten der Götter. Okay. Okay, jetzt sollen wir Darius und Gretzky, oder Gretzky, treffen in Marshall Kwon und Sergei Gretzky in. Was mich mal interessieren würde, kann man das hier oben anpinnen, dass das hier stehen bleibt? Momentan bleibt das stehen, aber es blendet sich dann ja schnell wieder aus. Ich weiß es halt nicht. Äh, auf das I hier. Ah ja, wenn man auf das I klickt, dann sieht man immer nur das I von dem jeweiligen Typen. So, lass mal hier mit den Leuten noch reden. Wer ist Dylan and Joe? Hm. Okay, kann man den noch durchsuchen? Nee. Mit dir hier? Hm. Hm. Oh, Private Joe, was hast du noch so zu erzählen? Du brauchst eine Pause. Okay, wie sieht es denn aus mit deinen Verletzungen? Hm. Mr. Arizona? Ah ja. Die Leute zählen auf uns, meine Leute zählen auf uns, ja. Ja, alles gut, wir reden später. Das machen wir. So. Wir sollen da oben wahrscheinlich reingehen. Ich würde erstmal hier ein bisschen rumgehen. Mal gucken, was wir hier noch so finden. Vielleicht gibt es noch hier irgendwie... Nö. Nö. War das ein Hund? Herr Hundi, komm. Ah ja. Ich hab leider nichts für dich. Das ist ein Huhn. Tierzwinger. Okay. Hallo, Huhn. In diesem Körper des Huhns wurden Metallüberzogenen Elektronik implantiert. Mit einem einsamen Blick in den Augen sieht das sich an. Ah ja. Ja, okay. Es ist also ein Terminator-Huhn. Ach, da gibt's Schrott. Schaut an. Oh, da gab's doch auch was. Gott ist doch immer gut. Nehmen wir alles. Und das ist das, was ich meinte. Da ist auch noch ein Hund. Noch ein Hund. Boah, hier können wir graben. Okay. Hundescheiße. Ja, sehr schön. Wir haben Hundescheiße gefunden. Und ein verbranntes Buch. Es ist zwar Müll, aber auch das kann man, glaube ich, verkaufen. Ich glaube, die Hundescheiße zwar nicht, aber... Rätselhafter Gegenstand entdeckt. Hundescheiße, oder was? Deswegen ist es wichtig, hier so lang zu rennen. Das ist ja bei jedem Spiel irgendwie so. Einfach nur, um zu gucken, ob es nicht noch irgendwas gibt. Hier gibt's doch... Guck mal, da oben ist eine Kiste. Wer sagt's denn? Seht ihr? Ich hab vorhin gesagt, wir nähern uns Sachen langsam. Und jetzt bin ich doch wieder schneller daran getreten. Ich bin auch selber schuld, ne? So, hier gibt's auf jeden Fall schon mal einen Helm. Und Helme und eine Rüstung. Und zwar relativ starke, wenn ich das richtig sehe. Er ist jetzt natürlich verletzt. Super Idee. Nimmst du mal einen davon. Noch echt ein Podkopf, ne? Ich sag's vorhin noch. Wir rennen wieder in eine Sprengfalle. So, was gibt's hier? Keine plötzlichen Bewegungen. Okay. Da geht's nicht weiter. Okay. Oh, guck mal, hier ist noch mal so ein Häuschen. Da oben geht's auch nicht weiter. Ist hier in dem Häuschen irgendwas? Wollen wir da doch mal rein? Oh, ein Hase. Ach, auch da ist ein Behälter. Geld und eine Uhr. Die Uhr kann man verkaufen, ne? Ist zwar Müll, aber... Haben wir hier nichts. Okay. Okay. Okay, das hier ist das große Haus, wo wir rein sollen. Ne? Glaube ich. Okay, das kriegen wir nicht hin. Da noch irgendwas drin zu finden in diesem Haufen da. Schau an. Können wir graben. Menschenknochen und ein Feuerzeug. Na. Gut. Ähm, wir sollen jetzt hier drin mit den Leuten reden. B-B-B-B. So, Sergei. Der Tillman. Hallo. Ja. Was wollen die Dorseys eigentlich? Logisch einfach nur angreifen, ne? Ja, okay. Verärgerte Roboter, das verstehe ich zwar nicht, aber gut. Sie waren nicht aktiv, aber okay. Das heißt, wir sollen irgendwie den Alarm abstellen. Da komme ich nicht durch. Da auch nicht, da ist auch... Also muss das ja hier sein. Wo sind meine anderen Leute eigentlich? Kommt ihr bitte mit. Ah, guck mal. Hier gibt's Roboter. Wollen wir mit denen reden? Ich schlabe Alarm. Ah ja. Eine Warbung an euch, Eindringlinge. Okay, diese Basis hat ja Sinn im Betrieb. Hast du die ganze Zeit bewacht? Ähm... Oha. Arschkriecher. Wir sind die Arizona Ranger, eine Nachfolgereinheit. Oder... Wenn man hinterhältiger wäre... Haben wir leider nicht. Ups, eine Fehler im Rückweg. Regierung, die ist schon lange untergegangen. Oder angreifen. Wollen wir die angreifen oder wollen wir... Ne. Drei, drei oder vier Stück. So, Arschkriecher. Das war ja... Okay. Das war gut. Würde ich behaupten. Wollen wir nochmal mit ihnen reden? Das bringt mich so viel, ne? Wie das leuchtet hier. Computer. Wenn man das Alten verstaubt. Beim Hochfahren flackert auf dem Bildschirm Sicherheitsalarm. Schließlich fragst du die Maschine nach der Identität des Kommandos. Ja, vor dem Kommando leer. Neues Kommando festlegen. Ja, klar. Wir sind jetzt das Kommando. Hat sich also resettet der PC, würde ich sagen. Ja, sehr gut. Wir haben den nervigen Alarm ausgeschaltet und scheinbar auch alle anderen Systeme wieder hochgefahren. Was so gut ist, weiß ich aber nicht. Schön, dass der Laden läuft. Mhm. Dass die Dialoge immer so weggeschnitten sind, ist nervig, ne? Okay, du hast ja auch ein paar verrückte Leute bei dir. Hier, vielleicht wissen wir, ich habe eine Tochter und zwei Söhne. Mhm. Liberty, Valor und Victory. Okay. Kann man so machen. Okay. Wir wurden also verbannt. Du suchst Schutz vor ihren Angriff. Ähm. Verlangst du, um uns zu Mördern zu werden? Sollen wir die töten? Nein. Hast du Angst vor denen? Nee, ich will denen nicht zuhören. Machen wir keine Sorgen, dass meine Kinder mich besiegen. Das werden sie nicht. Nicht einmal Liberty. Was mich beunderviert, ist die Zerstörung, die sie anrichten. Ah, okay. Verstehe. Die müssen aufgehalten werden, bevor sie... Okay, alles gut. Machen wir. Ähm. Lebend ergreifen ist natürlich total doof, aber was ist denn, wenn wir das nicht schaffen? Okay, also er zwingt uns quasi dazu, sie Leben zu ergreifen. Ich verstehe. Neue Mission der Psychopathen, nach Aspen reisen und Vic Buchanan festnehmen. Da müssen wir auf jeden Fall darauf achten und dann nochmal nach Denver reisen. Okay, wir müssen gleich mal gucken, wo man überhaupt die Mission genau einsehen kann. Victory hat sich in Aspen versteckt. Ja. Wir brauchen... Brauchen wir noch Hintergrundwissen? Ja, komm. Ähm. Ja, erst einmal, warum sollen wir das eigentlich machen? Okay. Ja, jetzt muss der wieder... Ja, alles gut. Okay, ja, wir machen's, weil das unsere Aufgabe ist. Ich verstehe. So, was müssen wir denn über Victory wissen? Der Junge war noch nie richtig im Kopf. Seit er ein Baby war, folterte er Katzen, terrorisierte die Diener und steckte das Haus in Brand. Okay, war so ein Feierteufel. Ja, okay. Er ist also ein Psychopath. Deswegen steht's ja auch. Annahm zugefügt, der Psychopath. Äh. Okay, Vic spielt gerne mit Geiseln. Okay, alles klar. Und Vaila? Der Weichlicht verzogen. Er hat den ganzen Tag mit Computern rumgespielt. Okay, das ist also der Nerd. Wir haben einen Psychopathen. Wir haben jetzt einen Nerd. Hm, alles gut. Und Vaila? Ah ja. Und Liberty? Problem ist, dass sie jetzt als Ratschwein in Sklavenstadt führen würde. Alle in Ketten. Jeder arbeitet für sie. Okay, das ist also die mit der Führungsstärke wahrscheinlich. Äh. Äh. Erwartest du, dass du versuchst sie zu verdrängen? Dass sie dich verdrängt? Wahrscheinlich nicht. Okay. Danke für die Info. Ja, mit den Dorseys. Ähm. Wer sind die überhaupt? Ja, okay. Alles klar. Also irgendeine Familie, die einfach arschig sind. Viel zu viel. So, aber was ist denn, glaubst du, Vic, Val, Liberty stecken hinter den Anruf vor unserer Kontrolle? Okay. Wie die Dorseys bezahlt haben. Vielleicht. Nobody know. Er sagt vielleicht. Äh. Warum hast du vorhin gesagt, denn das ist deine Schuld war? Okay. Offensichtlich waren die nicht sicher, die Funkfrequenzen. Alles klar. Ich verstehe. In Ordnung genug von den Dorseys. Ähm. Dann war's das. Du gehst also los? Komm, helft ihr nicht. Zeigt uns, was die Ranger können. Mit Chef Daisy in Colorado Springs reden. Okay, machen wir. Äh. Klingt nach einem Kinderspiel. Sir. Ja, Sir. Komm. Guck mal. Gib bloß eins. Findet er das gut? Also, wenn er sowas gut findet, dass wir ihn so ein bisschen in den Hintern kriechen und ihn als Chef akzeptieren. Je nachdem, was das nachher für Folgen hat. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Okay. Danke. Adebideci. Kommen wir jetzt mit euch mit? Nee. Doch? Nö. Nee. Wir sind noch hier drin. Okay. Alles gut. Super. Das heißt, wir haben hier jetzt noch Möglichkeiten, uns ein bisschen aufzuwerten. Ihr seht, wir sind gerade aufgestiegen. Da können wir gleich mal gucken. Ich würde aber erstmal hier nochmal ein bisschen gucken, ob es hier noch was zu holen gibt. Guck mal. Hier gibt es einen Behälter. Ja, schau an. Siehst du? Alles mitnehmen. Sowas können wir immer gebrauchen. Hier gibt es einen großen Behälter. Waffen, Waffen, Waffen. Ein paar zumindest. Können wir auch mit. Losknacken. Das machen wir. Deshalb habe ich hier schon zwei. Oh, zumindest Geld. Da gibt es nichts. Da ist noch ein Behälter. Gerättenstummel. Na gut. Da ist noch einer. Eine Uhr. Was wir auch immer nachher mit dem Schrott alles anfangen können. Aber ich nehme an, dass wir es verkaufen können. Guck mal, hier können wir noch ein Schloss knacken. Oh, was ist das? Leere Dosen. Aquanet. Alte Zeitschrift. Na ja, gut. Das ist nicht so viel, ne? Funk. Was können wir denn mit dem Funk machen? Rauschen. Hm. Okay. Hier gab es also nichts mehr. Aber... Es waren da noch Türen, ne? Vielleicht gibt es da gleich noch mehr, wo wir was machen können. Ah. Ich möchte mit euch über Personal und Recruiting sprechen. Ja, das machen wir. Warte mal. Aber erstmal spreche ich mit ihm hier nochmal. Aha. Aha. Hi again Rangers. Damn sorry about your people. Wenn wir alles tun, um euch wieder auf die Beine zu bringen, um neue Runde zu finden, genau wie der Patriarys euch versprochen hat. Sehr gut. Ich habe euch schon einen der besten besorgt, das ist Marcelo Gonzales. Ah ja. Er wird euer Funker sein. Okay, also wir können nachher noch ein paar mehr mitnehmen. Okay, mal gucken wie viel wir nehmen mit können. Ähm... Bevor wir zu all dem kommen, haben wir noch ein paar Fragen, ne? Können du und Quan uns mehr über euch erzählen? Haha. Er weiß, wofür wir diese Infos noch brauchen, ne? Davon hat er eine Seite... Hmhm. Ah ja. Niemand kennt die Straßen und Gassen von Colorado Springs oder die Menschen, die dort leben, besser als der schneidige Darius Quang. Ah ja. Jetzt loben die sich gegenseitig. Soll ich freiwillig gemeldet? Aha. Okay. Ihr scheint beide furchtbar biegerig darauf zu sein, dass einer Gruppe unbekannten Außenseiter zu helfen. Warum seid ihr wirklich hier? Der Patriarch hat mich gebeten, ein Auge auf euch zu halten. Naja, guck mal, er bewacht uns also. Ja, ist ja gut. Ihr seid also Spione. Ja, er will nur, dass wir Erfolg haben. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Was war denn mit diesem Alarm? Das hab ich nicht verstanden. Wir sind uns nicht sicher. Wir sind vor eineinhalb Wochen gekommen und es war ganz still. Wir wollten das Haus aufhören, bevor ihr kommt. Aber dann haben die DOS die Stadt angerufen und es wurde auf Eis gelegt. Irgendwas muss die Sicherheitssysteme inzwischen damals und heute ausgelöst haben. Könnte alles gewesen sein. So, vielleicht eine Katze, wie Major Tom? Nobody knows. So, wie lange ist dieser Ort denn schon verlassen? Ja, okay. In letzter Zeit waren es hauptsächlich kriminelle Flüchtlinge. Aha, können also auch kriminelle oder Flüchtlinge gewesen sein. Was ja eigentlich nicht schlimm wäre, wenn es Flüchtlinge sind, ne? So, was ist diese Flut, von dieser Dorsis gesprochen hat? Okay, die Atomarko-Version. Ich verstehe. Was hat der Funker über das Einsetzen einer Kampf-KI in unserem Fahrzeug gesagt? Gonzales? He's a whiz with stuff like that. The AI will allow you to give the vehicle orders in combat without having to be excited. Okay, mit deiner KI kann man dem Fahrzeug Befehle erteilen. Das heißt, wir können nachher auch mit dem Fahrzeug fahren? Im Grunde wird es ein weiteres Mitglied eurer Truppe. Okay. Das sind erstmal alle Fragen. Ähm, zeig uns, wen du dir vorstellst. Ach, da ging es jetzt um die... Wählt einen Trupp mit unterschiedlichen Fertigkeiten. Jo, hatte ich ja schon gesagt. Niemand kann alles gleich gut. Also wählt Rekruten, die gut in Sachen sind, die euer aktuelles Team nicht so gut kann. Mhm. Soll deinen Trupp immer wieder durch Leute ergänzen, die ihr zufällig trefft. Ja, okay. Jetzt ist die Frage, wie viele Leute können wir denn hinzufügen? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben jetzt einen Scharfschützen. Eine Scharfschützin. Und einen Domeangreifer quasi. Äh, neue Rekruten. Oh. Oha, das sind richtig viele. Oha. Gehen wir von oben durch. Axel. Axel, Handfeuerwaffen. Ähm. Banshee. Scharfschützin. Auch Scharfschütze haben wir jetzt schon. Ich weiß nicht, ob wir zwei brauchen. Komplette Nahkämpferin als Schläger. Ah, Schläger weiß ich nicht. Butterfly. Ähm, guck mal, die hat verfügbare Punkte bis sechs. Plus sechs haben sie alle. Hinterhältiger Scheiß. Schlösserknacken. Nahkampf. Crash. Nerdkram. Automatische Waffen. Hinterhältiger Scheiß. Verrückte Wissenschaft. Äh, Handfeuerwaffen. Automatische Waffen. Scharfschützen. Erste Hilfe. Hier hätten wir so einen Dog. Erste Hilfe. Schwere Waffen und Sprengstoff. Wir haben jetzt schon einen mit erster Hilfe gemacht. Aber schwere Waffen nochmal zusätzlich. Es ist ja nicht verkehrt, wenn wir noch einen zweiten Menschen mit erster Hilfe haben. Ne. Devlin. Also den halten wir uns schon mal im Hinterkopf. Äh, im Hinterkopf. Dog Nails. Devlin hat automatische Waffen, Rüstung und Waffen Modifizierung. Ja. Könnte man auch machen. Den brauchen wir. Wir hatten doch Tauschhandel. Nahkampf. Überleben. Mechanik. Automatische Waffen, Rüstung. Erste Hilfe. Schwere Waffen. Sprengstoffe und Rüstung. Automatische Waffen. Tauschhandel. Nerdkram. Mechanik. Schwere Waffen. Also ich würde Dog Nails tatsächlich nehmen. Schwere Waffen. Sprengstoffe. Postet uns nichts. Ja. Oh, wir können noch einen. Dann würde ich hier den Devlin nehmen. Rüstung und Waffen Modifizierung in automatische Waffen. Noch einen nehmen. Okay. Ne. Du kannst maximal vier Spieler durch Ranger in deinem Squad haben. Also wir haben jetzt ein schwere Waffen, ein automatisch, zwei automatisch und einen Scharfschützen. Jetzt bräuchten wir noch irgendwie jemanden mit normalen Handfeuerwaffen vorne. Der vielleicht, hm. Oder vielleicht noch einen mit schweren. Okay. Aber wenn ihr auf euren Reisen talentierte Leute trefft die Polizei am besten. Ja, das machen wir. Vielleicht mal gucken, was wir so treffen. Deswegen dürfen wir wahrscheinlich auch noch vier mitnehmen, weil sechs Plätze waren nur. Jetzt sprechen wir über die nächsten Schritte. Tolle Hütte. Rekrutiere Personal. Haben wir gemacht. Zu. Für dieses HQ. Einen Gefängniswärter finden und einen Arzt und so weiter. Okay. Damit wir uns wieder aufbauen hier. Ich verstehe. Ja. Die Basis erforschen klingt gut. Ähm. Das machen wir mal zuerst. Okay. Danke für die Impfung. Wie immer. Das wäre mit eurer Truppe anschließend zumindest bis ihr zu Fuß gefasst habt. Okay. Du willst doch mitkommen, weil du Spion bist. Marshal Cron. Was hast du uns denn zu bieten? Ja. Hat er auch schon gesagt, dass du, dass du da einen guten Stand hast. Ja. Dann nehmen wir dich mit. Komm. Ja. Wir nehmen dich mit. Auch wenn du ein Spion bist. Aber ist ja erstmal egal. So. Aber. Ich würde erstmal jetzt hier. Boah. Jetzt sind wir so viele. Ich würde erstmal jetzt hier die ganzen Leute, die aufgestiegen sind. Einmal verteilen die Attribute. Also. Coyote. Den wir noch mal anhaben. Der kriegt. Ähm. Ich würde sagen. Einen Stärke. Oder? Oder in Koordination, weil er dann mehr AP-Punkte hat. Mhm. Komm. Koordination, mehr AP-Punkte. Immer gut. Kriegst du Fertigkeiten noch. Wir machen die Toaster-Rebar-Tour einen höher. Ja. Auf jeden Fall. Was auch immer das bringt. Wissen wir immer noch nicht. Aber wenn ich das schon mache. Ja. Und dann kriegst du einen automatische Waffen. Jetzt dürfen wir hier keinen mehr geben. Oder wie sehe ich das? Aha. So. Mit der 2 gekostet hat. Alles klar. Ich verstehe. Komm. Marshall Korn hat Level 5. Wir haben jetzt hier Level 4. Den verlieren wir ja wahrscheinlich nachher wieder. Erste Hilfe haben wir 2 mit Level 3. Er ist der einzige der Toaster-Reparatur kann. Passt schon. Okay. Dann gehen wir zu Org. Org kriegt auf jeden Fall, ich würde sagen, Nerd-Kram, Schlösser knacken, Sprengstoffe, Scharfschützengewehr ist erstmal so in Ordnung. Attribute dürfen wir auch noch einvergeben bei ihr. Auch da würde ich sagen, kriegt sie noch einmal AP-Punkte mehr. Bestätigen. So. Dann. Docknails. Docknails. Müssen wir auch Attribute verteilen. Dem würde ich erstmal AP-Punkte geben, weil der hatte nur 2. Mit seinen fetten Waffen ist das glaube ich gar nicht so. Kostet bestimmt richtig viel AP. So. Erste Hilfe war er genauso hoch wie Coyote. Schwere Waffen. Die packe ich mal auf 3. Und Sprengstoffe packe ich auch mal auf 3 auf, wenn Hawk da auch 3 hat. Ist aber egal. Mir egal zumindest. So. Dann hätten wir hier noch Mechanik oder so. Hm. Harter Hund brauchen wir nicht. Wir haben noch 4 Punkte, ne. Komm. Ich hau dich voll auf schwere Waffen. Ich kann mir vorstellen, dass die hier ordentlich doch was bringt. Weil wenn wir jetzt hier auf 15, auf plus 15% Trefferchance, das ist schon eine Menge. So. Dann gehen wir auf Devlin. Devlin war Automatikwaffen, Rüstung und Waffenmodifizierung. Ist die Frage, wie wir das brauchen. Ich würde die, die würde ich noch nicht, also die würde ich erst hochleveln, wenn wir es brauchen. Tatsächlich. Ähm. Oh. Treboote habe ich vergessen. Müsste ich bei Dogney jetzt gleich nochmal gucken. Ne. Hatte ich gemacht. Koordination. Kriegst du auch, damit du mehr AP-Punkte hast. Erstmal. Ähm. Automatikwaffen. Hm. Was brauchen wir denn hier unten noch? Mechanik hat noch gar keiner. Nerdkram hat jetzt schon Hawk. Schlösserknacken hat Hawk. Toaster hat er. Überleben, weiß ich nicht. Brauchen wir eher nicht. Glaube ich. Mechanik ist die Frage. Generatoren und Maschinen reparieren. Ja. Ne. Verdammte Axt. Jetzt hat er ihn richtig hoch gemacht. Das wollte ich nicht. Genau zurücknehmen. Ja. Hier soll es nur einen haben erstmal. Ja. Weil Generatoren und Maschinen reparieren. Schwierigkeitsstufe 1. Sowas brauchen wir bestimmt. Vielleicht brauchen wir das auch nochmal. Stufe 2. So. Jetzt haben wir noch 4 übrig. Dann bekommst du gleich auf automatische Waffen vielleicht noch was. Oder einmal nochmal erste Hilfe. Ne. Haben wir schon 2. Ähm. Was ist der verrückte Wissenschaft? Erhöht den Schaden mit unkonventionellen Waffen. Ja. Brauchen wir eher nicht. Glaube ich zumindest. Rauschhandeln. Vielleicht kann man das noch. Verkaufswert plus 100%. Verkaufkosten minus 2. Hm. Weiß ich nicht. Haben wir keinen, ne? Komm. Bei dem Arschkriecher haben wir es auch ganz gut hingekriegt. Haben wir noch einen Punkt. Den haben wir in automatische Waffen. Passt. So würde ich das sehen. Ähm. Vorteile. Können wir noch keine vergeben. Haben wir noch keine Punkte. Aber auch die gibt's. So. Missions-Log. Hier müssen wir als Level 9, Level 17, Level 19 sein. Okay. Heftig. Das heißt also wir können jetzt hier kurz vor der Ankunft. Naja Air Force Base hat eine große Gruppe Colorado Springs angegriffen. Da müssen wir also einmal nach Colorado Springs mit dem Sheriff reden. Das machen wir. Tolle Hütte. Rekrutieren haben wir gemacht. Aber wir sollen einen Gefängniswärter, einen Arzt und so weiter rekrutieren. Das heißt, da müssen wir erstmal gucken, dass wir da auch welche finden. Ich würde aber sagen, dafür gehen wir erstmal hier durch. Diese ganze Lageradatsche hier durch. Nur um zu gucken, was sie überhaupt noch gibt. Vielleicht gibt's ja noch nette Sachen einzusammeln. Äh. Achso. Vielleicht sollten wir erstmal nochmal sinnvolle Waffen verteilen und uns anziehen. Wo hat es jetzt hier Panzerung 3? Jetzt haben wir hier noch schon 4. Ah, okay. Lassen wir mal so. Haben wir noch eine Hose für dich? Ne, benötig Stärke 3. Benötig Stärke 4. Ähm. Du könntest hier noch so eine Maske aufziehen. Panzerung 4. Das hier hat nur 3, ne? Und nimm mal den. Und nimm mal den. So. Ist vielleicht als Scharfschütze gar nicht so schlecht. Du hast gar keine Panzerung, dann solltest du hier eine bekommen. Benötig Stärke 3. So. Hast du, ne? Guck mal. Dann panzern wir dich mal volle Pulle. Bist du das Kampfschwein. Quasi. Auch nicht schlecht, ne? Ähm. Für dich haben wir dann nur noch ein bisschen was. So. Keine Hose. Und für dich haben wir auch noch ein bisschen was. Jetzt ist die Frage. Du hattest ein normales Sturmgewehr. Ne. Es ist schon ein Sturmgewehr Stufe 5. So. Sonst haben wir hier gar nicht mehr. Passt also. Du hattest hier auch ein Sturmgewehr. Aber nur Level 1. Dann kriegst du ein... Haben wir gar kein anderes. Haben wir gar nicht mehr. Schade. Schokolade. Ähm. Du könntest einen Orketenwerfer nehmen. Aber ich glaube, dass der hier besser ist. Der Bunkerbuster. Ja, passt. Alles gut. So. Dann gehen wir hier mal durch. Und gucken mal. Ich geh mal erstmal... Ah. Gehen wir mal hier rein. Wollen wir nochmal gucken, was es hier so gibt. Hier liegt alles voller Leichen. Was ich untersuchen kann. Immerhin. Diese weibliche Leiche ist aufgebläht und verfault. Dein Arm fehlt komplett. Wahnses Wundsekret quillt raus. Okay. Ich kann nach der Todesursache suchen. Äh. So. Wer hat ein bisschen was... Ah. Guck mal. Das ist doch gut. Ah. Hier ist eine einzelne Leiche. Da ist bestimmt was Wichtiges drin. Ein Betiz des Sklavenhändlers. Sehr zerknittert. Okay. Und der Leichenstapel. Ah. Sind auch alle erfroren. Mehr oder minder. Okay. Wo geht's hier lang? Floss knacken. Fehlschlag. Flüsterknacken. Unmöglich. Okay. Da komme ich also so nicht weiter. Da müssen wir erstmal weiter. Gibt's wahrscheinlich irgendwo einen Computer, den wir bedienen müssen, damit das aufgeht. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Oh. Schon wieder. Ich lerne es auch nicht. Liebe Leute. Es ist absolut lächerlich, was ich hier mache. Ich renne da einfach rein, statt einfach mal ein bisschen langsam zu gehen. Ich meine, man sieht die Sprengfalle hier sogar. Hier vorne ist sie auch. Da ist auch eine. Ach ja. Naja. Vielleicht lerne ich's noch. Hier ist Müll. Den können wir mal durchsuchen. Hier gibt's immer eine Munition. So. Computer. Mal benutzen. Geht das hier, glaube ich, auf. Nehme ich mal an. Aktivitätsprotokoll. Ich ziehe auf eine riesige Menge an Daten, die vor Jahrzehnten gelöscht wurden. Dieses Terminal zeigt die Information über Systeme der Basis an. Momentan scheint alles normal zu sein. Okay. Rücktreten vom Terminal. Das hier muss ich hier also knacken. So. Seht ihr? Hier gibt's eine Bombe. Er fordert aber Sprengstoff hier. Hm. Wer hat die Beste? Wer hat die Beste? Wer hat die Beste? Wer hat die Beste? Du hast die Beste. Du gehst da jetzt durch. Ja, okay. Du brennst halt immer kurz. Stell ihn mal nicht so an. Stell dir auch auf. Dafür gibt's jetzt Molotows. Äh, wie lange brenne ich denn? Mal 20 Sekunden. Oh oh. Komm. Kannst du dich einmal verbinden? Können immer mal verbinden. Können immer mal verbinden. Gut. Ich hoffe, du steckst jetzt hier niemanden an. Noch zwei Sekunden. Siehst du? Und jetzt hast du aufzubrennen. Stell ich mich so an. So. Manchmal muss man eben auch unkonventionelle Wege gehen. Gehen wir mal hier durch. Eine Werkstatt. Ah ja. Hier kann man also. Jetzt habe ich da was geknackt. Hätte ich vorher mal gucken sollen. Nehme ich alles mit? Äh. Rosteter Schlickschneider. Eine Lust auf Stau. Keine Lust nur auf rücksichtlose Fahrer. genug von unserem verfragt wurde Mechaniker, die dein Auto nie richtig reparieren. Hier ist ein Werbe-Werbe-Idiot. Hermes. The revolutionary vehicle AI. Da liegt eine Leiche. Warum? Die Leiche einer jungen Frau liegt ihr zu Füßen. Ihr Körper ist unnatürlich verdreht. Dem Geruch nachzuurteilen ist sie schon eine Weile hier. Ähm. Sie herauszufinden, wie sie gestorben ist. Hat Anfallen. Es gibt Anzeigen von Verfärbungen in ihrem Gesicht, die auf Herzversagen hindeutet. In der rechten Hand hält sie einen schwarzen Metallschlüssel fest. Das Metall ist verfärbt und Brandflecken schwärzt. In der Finger. Klassischer Stromschlag. Okay. Ja. Okay. Kann ich diesen Schlüssel nicht nehmen? Ist ja auch komisch, ne? So was mit dir hier. Ja. Rostet der Schlittschneider. Spinnenartiger Roboter ist in schlechter Verfassung. Er zuckt in einer Pfütze aus seinen eigenen Säften. Ja. Wir bräuchten Mechanik 3, um ihn zu operieren. Untersuchen wir ihn mal. Witter Roboter. Witter Roboter. Genauer Betrachtung merkt es, einige der Einschusslöcher abgedeckt wurden und mehrere Beine frische Schweißspuren aufweisen. Okay. Ja. Ich würde sagen, den reparieren wir nicht. Weil haben wir, können wir auch gar nicht. Hier ist ein Computer. Lass mal ein Schloss knacken hier. Finde ich super. Temperatur Kit. Können wir das nicht benutzen, um den zu reparieren? Ein simpler Satz. Mechanisches Reparieren. Ja. Können wir dich jetzt hier reparieren? Vielleicht doch. Mit dem Reparatur Kit? Nö. Okay. Äh. Da können wir auch nochmal gucken. Lunchbox. Mhm. Wieder dieser saure Schlamm. Sollen wir jetzt den Computer benutzen? Vielleicht macht der uns da hinten die Tür auf. Der Computer. Ich weiß es nicht. Dieses Terminal zeigt Informationen über die Systeme der Basis an. Es scheint alles normal zu sein. Äh. Dienstaufzug zurückrufen. Okay. Die meisten Protokolle scheinen in einer riesigen Server, der schon vor Jahrzehnten zerstört worden zu sein. Hat auch Steuerung für ein paar Fahrzeugaufzüge. Und der Netz zeigt aber momentan an, dass diese nicht reagieren. Mal gucken. Ein lautes Knirschen aus der riesigen Falltür neben mir ein zur Werkstatt zu hören. Der Geruch nach rostigem Metall führt den Raum. Eine Diener Drohne würde... Ah ja. Okay. Bist du hier eine Diener Drohne? Glaub nicht. Hier geht's raus. Das war das, was wir vorher nicht öffnen konnten. Ja. Genau. Wo wir draußen waren. Oh, da wollen wir noch nicht raus, glaube ich. Das heißt, das hier ist die Falltür. Wo man irgendwie nach unten kommt. Vielleicht brauchen wir ihn dafür. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Da hinten kamen wir noch nicht weiter. Leider. Gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Hier drüben gab es ja auch noch eine Tür. Gucken wir mal bitte. Und da... Da. Gucken... Und gehen wir hier zuerst rein. Oh, was haben wir da? Ach, leerrüppen. Was auch immer das ist. Okay. Ähm. Sieht irgendwie aus wie mutierte Hunde oder was? Oder mutierte Ratten? Keine Ahnung. Okay, ähm. Ich würde sagen, die sehen uns eh gleich. Also können wir auch angreifen. Genau. Ich hatte ja noch kurzzeitig gedacht, vielleicht sind sie doch nicht böse, aber nicht genug AP. Nur du hast APs, na gut. Wow. Nur du hast APs, na gut. So, und der ist schon mal tot, ist schon mal gut. Ähm. Oh, da liegt was. Noch ein. Du hast noch APs, aber das bringt uns nicht viel. Also machst du mal hier auf Verteidigung. Oh, was? Du schießt mit einem Giftstachel. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Major Tom kratzt ihm die Augen aus. Ah ja. Okay. Das ist also irgendwie ein merkwürdiges Tier. Können wir es gerne näher angucken. Aber näher ran kann ich leider nicht, Leute. Leider. Okay, das waren nur die zwei. Das ist ja noch okay. Was genau ist denn das für ein Tier? Sag mal. Oh, Vielfraßfälle. Also es ist dann wohl ein Vielfraß. Nur mutiert, ne? Würde ich sagen. Ist dann halt so. So, hier waren noch Knochen. Die hatte ich schon gesehen. Und mal das soll. Immer dran denken. Nicht so schnell gehen. Nicht so schnell gehen. Nicht so schnell gehen. Lieber langsam. Da ist noch ein Computer. Was auch immer der kann. Ein Einstaltknopf der Maschine gibt nach und nach. Scheint festgeholz zu sein. Er gibt ein sandiges Knirschen von sich. Ah ja. Immerhin. Wiederherstellung abgeschlossen. Wiederhergestellte Protokolle einsehen. Versuchen an einige der Protokolle zu kommen. Machen wir. Diese Datei ist verschlüsselt. Kannst du das Verschlüsselungsgript auswendig machen und den Schlüssel rückentwickeln? Ja, sehr schön. Okay, jetzt gibt es hier aber noch Nerdgram 4. Sein Blick war strikt auf die Mütter fixiert. Die Finger tippten geschickt auf den Tasten. Wettos verwischte er seine Spuren, als er Daten aus den System entnahm. Und Lieutenant Amor warf immer wieder heimliche Blicke auf ihn, verzückt von seinen stahlblauen Augen. Blah, blah, blah. Haben Sie die Beweise schon gefunden, Captain? Captain tippte etwas weiter. Er zog die Diskette aus dem Laufwerk und gab den Leuten ein Signal. Schnell zurück zum Schacht. Ladies first, sagte er und half Lieutenant Amor und so weiter. Ja, okay. Die Welt ging gestern unter. Unser Raketenabwehrsystem rettete Colorado Springs, doch Denver wurde ausgelöscht und wir können keinen Kontakt mehr mit irgendjemandem außerhalb aufnehmen. Disziplin wird meine Männer auf Trab halten. Okay. Also nichts, wo ich sagen würde. Ältere Sicherheitsprotokolle. Filter, Werkzeuge helfen die Routine, um komplett beschädigte Berichte auszusortieren. Jo. Du meine Güte. Das sind aber echt viele. Gehen wir hier auf NerdCram 1. NerdCram 2, nochmal ein paar. NerdCram 3, nochmal ein paar. Und dann fangen wir einfach mal von unten an zu lesen, würde ich sagen. Auffällige Bewegung und Bereich festgestellt. Eindringende 109. Ah ja. Aha. Probealarm. Mich interessiert ja eher, ob es irgendwas gibt. Keine neuen Informationserzeuge. Also total schlecht hier. Ob es irgendwas gibt, womit wir da hinten die Tür aufmachen können. Ich würde mir kaum vorstellen, dass es... Eindringende 109.32 kehrt zur Einsatzzentrale zurück. Okay. Ich lese mir jetzt mal nicht alle durch. Weil die von Anfang an die offen waren. Hoffe ich, dass da nichts drin stand. Falls doch, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ich das jetzt komplett durchlese. Ach guck mal, da waren nochmal Knochen. Da drüben sind auch noch Knochen. Müssen wir auch gleich rüber. Da komme ich hier hoch. Hier sind auch noch Knochen. Das nehmen. Komme ich hier hoch? Oder ist das hier versperrt? Ne, komme ich hoch. Sehr gut. Langsam gehen. Boah, Munition. Munition nehmen wir immer mit, ne? Da oben ist nichts mehr. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier unten weiter. Ist noch irgendwie ein Schlafraum. Hier waren noch die Bücher. Da gehen wir mal zuerst hin. Altes Essen. Die Nahrung auf dem Tisch ist kalt und teils gegessen, aber nicht verfault. Jemand ist offensichtlich vor kurzem bei Essen unterbrochen worden. Aha. Oh, das ist ein Toaster. Wollen wir den reparieren? Das machen wir. Was auch immer das bringt. Aha. Tayan Token. Ein Messingabzeichen, auf dem ein finster dreinschauendes Gesicht und der Name Tayan zu sehen ist. Preis 50. Und das andere. Toaster Reparatur Abzeichen oder Reparateur Abzeichen. Offizielles Abzeichen belegt, dass du die altehrwürdige Kunst der Toaster Reparatur gemeintest hast. Plus 1. Alles klar. Kann mir jemand sagen, was das bringt? Liebe Leute, wenn ihr wisst, was das bringt, die Toaster. Den Toaster hier repariert zu haben. Und jetzt auch noch Plus 1 in Toaster Reparatur, um drauf zu kriegen. Was für einen Nährwert hat das für den Spielplus? Ich habe das nicht verstanden. Deswegen habe ich es auch rausgewählt. Weil, ja. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Macht nichts. Egal. Oh, hier ist jemand. Flüchtling. Bitte nicht schießen. Die Frau ist ausgemägelt, ihre Kleidung zerschlissen. Sie ist umgeben von einer Gruppe zerlumpter Landstreicher. Wer seid ihr denn? Wir sind die Ranger. Und ihr? Ich lebe hier seit Monaten. Okay, dann habt ihr den Alarm ausgelöst, wahrscheinlich. Hm, okay. Woher kommt ihr denn eigentlich? Ganzes Gebiet Colorado unter dem Schutz des Patriarchen. Ja, okay. Habt ihr das nicht als System ausgelöst? War klar, aber nicht absichtlich. Okay. Ich könnte nicht mehr in der Stadt leben. Wir sind dort nicht willkommen. Sie haben schon genug Mäuler zu stoffen. Es werden immer mehr. Jetzt müssen wir sagen, ob die da bleiben dürfen oder ob die gehen müssen. Ganz ehrlich. Die können auch bleiben. Wir sollten auch Leute rekrutieren, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Hier ist halt die Frage, ob die was können. Aber egal. Komm, ihr könnt bleiben. Wasteland-Flüchtlinge ruft fünf. Okay, Andy. Falls ihr ihn irgendwo findet, könnt ihr den zu uns zurückschicken. Das heißt, wenn wir Andy finden, suchen wir ihn. Genau, macht euch mal useful, wie sie es genannt hat. Hier, Garderobe. Was können wir denn da machen? So, uns umziehen. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Alles, Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge. Da gibt es noch eine Kiste. Sehr gut. Auch da gibt es wieder Aufnahmen eines Soldaten. Eine gut erhaltene Kassette. Ah, der mal los. Wir mal ab. Oh, von 98. Also. Bündere erschießen. Okay. Das ist ein Gefangener. Einige Zivilisten gruben ein Loch unter den Zaun und versuchen rüber zu kommen. Okay. Hier ist eine Kiste. Oder liegt einer? Gefängnis-Generalschlüssel. Den nehmen wir. Was ist das hier für eine Leiche? Also das, was der Soldat gesagt hat, ist mir erstmal egal. Auf dem Boden liegt die verdrehte Leiche eines jungen Mannes. Ähm, oh. Sehr gut. Wir können alles machen. Erstmal die Tozesauche feststellen. Äh, Herzschl-Stand. Was durch Elektrizität ausgelöst worden war. Wie bei der anderen, die da vor dem, links lag, vor dem, äh, Aufzug. Äste vom getrockneten, schaumigen Speichel. Okay. Der Mann hatte nichts am Körper als seine zerrissene, schmutzige Kleidung. Die Sohlen seiner Schuhe sind voller Löcher. In seiner Tasche findest du einen halb gegessenen, süßlichen, riechenden Pilz. Ja, sehr gut. Der liegt da schon ein bisschen länger und ich nehm, ich nehm den natürlich mit. Ah, super. Machen wir natürlich, ne? So, Computer uns angucken. Neues Aktivitätsbedarf für diesen. Ihr durchkämmt die Protokolle und legt uralte Nachrichten und Systembenachrichtigungen aus, bis ihr an der Liste der letzten Aktivierung gefunden habt. Aufwecken eingeleitet, Aufwecken abgeschlossen, Anmeldedaten abgelehnt, Anmeldedaten akzeptiert, Login, ah, super, super. Login ist Admin, Passwort ist natürlich auch Admin. Wer kennt's nicht? Lade stillt, ja, sehr gut. Automatische Sicherheitssperre eingeleitet, Anmeldung erforderlich, Anmeldedaten abgelehnt, abgelehnt und so weiter. Ah, im Moment scheint erst normal zu sein. Super. Aber ich kann nichts damit machen. Das ist doof. Oh, das kann ich nicht aufschließen hier. Ne, das auch nicht. Den kann ich aufschließen. Ach, weil dahinter noch Knochen sind, okay. Fragen wir mal. Halt, erst gucken, ob da nicht doch wieder was auftaucht. Steuerflucht für Deppen. Die besten 10 Geheimnisse, die da oben geheim halten wollen. Alles klar. Hier ist noch einer, mit dem reden wir gleich mal. Erst mal gucken, ob wir hier noch was haben. Irgendwie nicht, ne? Den kann ich nicht öffnen, den kann ich nicht öffnen. So, wer bist du denn hier überhaupt? Durch die Gitterstäbe an der Zelle winkt euch ein blasser, dürrer Mann zu. Okay. Machen wir das so oder so? Ach komm, wir sind erstmal die Eigentümer. Was hat uns hierher geführt? Das ist streng geheim. Wer bist du denn? Ja, so. Wir haben in der Gegend einen Rekruten gefunden und kommen bald wieder zu dir zurück. Wir haben Fragen an dich, wenn es dir nichts ausmacht. Ich möchte wissen, wer du bist. Wer bist du? Ned, Ned, Harry, Nick, Uga, Dickens, Lyle. Okay, du bist glaube ich auch nicht ganz, nicht mehr ganz knusper. Oh, geringfügig. Irgendwie. Oh, gut. Du bist schon eine Weile da drin. Ja, das glaube ich dir. Warum bist du eigentlich hier? Ja, lustig. Weil die Zellentür verschlossen ist. Oh. Ähm. Okay. Nein, wir fanden deinen Witz unlustig. Ich war mit dem Typen befreundet. Nun schätze ich, er ist ein Geschäftspartner. Mhm. Okay, der hat dich eingesperrt, weil du nichts gemacht hast. Okay. Wie lange bist du denn schon da? Ja, ja, ja. Wie hast du überlebt? Ach, du hast da hinten die Pilze gegessen. Ah, ja. Ja. Sehr lecker. Das ist eklig. So. Kannst du uns etwas über die Gruppe erzählen, die hier vor uns gelebt hast? Skimmt. Manchmal kommt ein Typ hier rein, aber ich weiß nicht, ob er was mit dem Typen zu tun hat, der vorher rein. Wisst ihr? Okay, du bist echt verwirrt. Du bist wirklich sehr verwirrt. Lächelnde Frau. Wir sehen uns mal von dem toten Kerl. Oh Mann, der war nicht normal, so wie du. Dann kam der tote Kerl da drüben heran. Nervös, am Ausflipper fing an, sich mit der Computermaschine zu befassen. Okay, und da gab es also ein... Lassen wir den da gleich raus? Ich weiß es nicht. Irgendeine Frau? Okay. Wo sie jetzt vorüber, ich nachdenke, würde ich über die Gesellschaft... Ja, okay. Was ist mit der lächelnde Frau, von der du erzählt hast? Beides Lächeln auf den Lippen hörte einfach nie auf zu lächeln. Sie sei Händlerin. Sie hat darüber gesprochen, dass sie einige Waren hier lagern wollte und hat einigen Leuten erzählt, mit denen sie handeln würde. Ah ja, und der ist kein geeigneter Kunde. Uff. Ja. Wir wollten dich noch was anderes fragen. Warum bist du nochmal da? Okay, das stimmt also wirklich. Ähm. Was ist mit diesen toten Flüchtlingen passiert? Achso, ja, das hast du schon mal gesagt, ja. Okay, jetzt ist er aber tatsächlich eher durch Gift gestorben, ne? Okay. Protokolle auf den Terminal zeigen, dass ein Stromstoß aufgetreten ist, wie du sagtest, aber auch mehrere Versuche danach, auf den Computer zuzugreifen. Hm. Wer hat den Stromausfall versucht, auf den Computer zuzugreifen? Ja, das Mann, äh, er fällte unter der Computer-Machin nach dem Flüchtling. Vielleicht er landete, oder... Oh! Oh, Scheiße, Mann! Du denkst, dass jemand hier in die, während ich schlau war, und mit den Buttonen fiddelte? Ja, hast du da was mit zu tun, mit den Pilzen? Ja, Muschrums sind die beste, Mann. So, wer wusste, dass sie zugewöhnlich waren? Ah ja. Wollen wir ihn rauslassen? Würden auf jeden Fall nicht. Äh, gehen wir einfach, oder lassen wir ihn drin? Also, lassen wir ihn raus, oder gehen wir einfach? Hm, hm, hm. Komm, wir lassen ihn raus. Ähm. Oh komm, wir machen's dir auf, und dann ist gut. Äh, wir gehen jetzt. Hey, ich will nicht mit dem reden. Wollen das? Ich kann das nicht öffnen. Es stand doch eben gerade, liebe Leute, habt ihr's gesehen? Also, nee, wir wollen dich gar nichts mehr verfahren. Wir gehen jetzt so, wenn ich jetzt hier, äh, den Gitteralschlüssel verwenden, dann redet er mit ihm. Hm, okay, dann gehen wir jetzt und lassen dich nicht raus. Tut mir leid. Hat wohl nicht funktioniert dann. Bin ich irgendwie komisch. Oh, na, ich probier's nochmal. Hier hat's halt funktioniert. Können wir jetzt nochmal mit ihm reden, vielleicht? Da macht's Sinn. War wohl dann irgendwie ein Bug. Okay. Sollte es uns was nicht vergessen. Ähm, da ging's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Ja, schade, dass wir da hinten, äh, unten nicht reinkommen. Da muss wohl noch irgendwas freigeschaltet werden, was auch immer. Das heißt ja, im Endeffekt, wir können nochmal hier zu den DIN-Robotern gehen. Die können nicht so viel erzählen, ne? Haben wir jetzt einen dabei, der eigentlich hier noch, hier konnte man auch noch was machen, oder bin ich doof? Ich habe das Thema Untersuchung, sagt er, ist alles normal. Ah, hier, die Verhaltensprobleme der DIN-Au-Untersuchung. Bei der Suche findest du ein verborgenes Menü, der Kernprozessor ist mit tausenden Anfragen überlastet, die bis zu 100 Jahre alt sind. Ein Wunder, dass die DIN überhaupt Entscheidungen treffen können. Äh, ja, ich würde sagen, mal alles löschen. Haben wir noch Sicherheitsprotokolle? Ne, dann zum Startmenü. So. Okay, vom Terminal zurücktreten. Haben wir sie repariert, richtig? Ja. Sehr gut. Hätte den Einsatzraub bis zu unserer letzten Batterie. Ja, können die jetzt, wenn die jetzt das da unten reparieren, das wäre ja ganz cool, wenn da einer hinläuft. Weiß ich nicht. Oder ob die noch andere Drohnen haben, die das reparieren können. Erinnert euch, dass hier irgendwie, als ich hier am Computer war, müssen wir nochmal machen, irgendwie gesagt wurde, dass hier eine DIN- Drohne hingeschickt werden würde zum Reparieren. Vielleicht hat das ja jetzt geklappt, das weiß ich nicht. Glaub's eher nicht, aber let's see. Äh, Dienstaufzug zurückrufen. Äh, ne, 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 nö. Einer DIN-A-Dondone wurde ein Roboturpark ausgestellt. Ja, okay. Dann müssen wir gucken, ob das irgendwann dann funktioniert. Wann auch immer. Diesen verrosteten Schnitter da, den müssen wir auch noch später machen. Gut. Damit können wir hier drin, glaube ich, nichts mehr machen. Und fangen denn jetzt an, wenn ich mal auf den Missionslog gucke, glaube ich, hier tolle Hütte ähm, zu versuchen, zu rekrutieren. Und ich würde auch sagen, eben den Sheriff in Colorado Springs mit dem zu reden. Das auf jeden Fall. Das heißt, wir reisen jetzt nach Colorado Springs. Wenn ich wüsste, wie. Ich glaube, mit dem Godiac dann. Anders geht's ja nicht. Oder geht's hier? Gebiet verlassen heißt es dann nur. Außerdem werden wir zu Fuß gehen, ne. Boah. Okay, Jodie darf noch nicht mit. Sieht's mit deiner Verletzung aus? Gut. Wir reden also später. Ähm, wenn ich jetzt noch auf die Uhr gucke, haben wir schon wieder eine Stunde rum. Und ich würde sagen, jetzt haben wir das Hauptquartier ein bisschen ausgecheckt. Haben uns, äh, Leute rekrutiert. Und das nicht zu wenig, wenn wir nochmal gucken. Also insgesamt fünf Leute. Ähm, ich denke, das passt ganz gut. Wir haben noch Waffen, die wir vielleicht, äh, ne, können wir nicht mehr verteilen. Alles gut. Ähm, achso, das Toaster-Reparatur-Abzeichen kann ich dir hier noch geben. Darfst du gerne haben hier. Du darfst das eigentlich haben. Wenn wir es brauchen. Jetzt brauchen wir es noch nicht. So. Ähm, ich kann Sachen herstellen, glaube ich, mittlerweile schon. Rätselhafter Gegenstand aus der Hundescheiße. Aber was kann man dann herstellen? Hundescheiße kann man herstellen. Sehr schön. Super. Tolle, tolle Idee. Ähm, ich kann Munition herstellen. Ich kann mittlerweile schon Gegengifte herstellen. Nähausrüstung und Schrott. Nähausrüstung zum Verschließen von Schnitten und Einstichen. Gegengift. Ähm, ich kann Splittergranaten herstellen. Das habe ich also alles schon gefunden. Und nicht so schlecht, würde ich sagen. Mein Ruf ist, äh, beim Patriarchen relativ gewachsen. Die Wasteland-Flüchtlinge finden mich nicht so schlecht. Ja, Vorteile konnte ich noch keine großartigen vergeben. Also, liebe Leute, wenn euch dieses Let's Play gefallen hat, die zweite Folge, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr, ähm, Tipps für mich habt, was ich besser machen kann, ähm, was ich vielleicht hier vergessen habe, was man hier noch hätte machen können, in, in diesem Hauptquartier, dann bitte ab damit in die Kommentare. Vielleicht wisst ihr dann, ähm, deutlich mehr als ich, weil ich spiele dieses Spiel wirklich komplett nackt, ohne irgendwelche Vorbildung. Ähm, also ich bin für jeden Tipp offen. Und, äh, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann sehen wir uns nächste wieder. Aber abonniert vorher den Kanal natürlich, damit ihr es nicht verpasst. Also, bis dahin, haut rein, tschüss. Tschüss.